Ja, kein Problem, kein Problem, habe ich dabei, habe ich dabei. Hallo miteinander, herzlich willkommen bei uns im schönen Städtchen Luzern. Ich bin Rafi und seit 2018 mit gewissen kleinen Unterbrüchen bei uns hier in Caspar angestellt. Meine Haupttätigkeiten sind Workshops wie Cocktailschulungen, Ginreisen und sonstige Masterklasses. Hi guys, ich heiße René, ich bin Parkchef in Caspar seit acht Monaten und ich kümmere mich um das Kreative hinter der Bar. Diese ist unsere Variante von einer Margarita mit ein bisschen Bergamot und Grapefruit. Und wir haben das diese Woche in Caspar. Here we go Benny. Hallo zusammen, ich bin Ben, seit zwei Jahren bin ich für das Gästenwohl zuständig, eine Brindrad Futterbar. Danke. Hallo zusammen, ich bin Maiar, ich bin der Geschäftsführer und Mitinhaberin Caspar. Uns gibt es seit 2018. Tagstoll sind wir ein kleiner Café mit einem Spielplatz. Am Abend wechselt das für die Erwachsenen und ja, schön sind ihr da. Genau deswegen sind wir der Meinung, dass wir Wert verdienen, weil wir es immer wieder schaffen, unsere Gäste ob jung, ob alt, klein, ob gross mit einem zufriedenigen Lächeln nachher zu schicken. Zum Wohl miteinander. секунд head – im Moment. Oh, Alter… Das ist ein Wettbewerb.